Vor einer Stunde ist dem Kreml eine Bombe hochgegangen. Der Präsident hat das Phantom-Protokoll aktiviert. Die Existenz des IMF wird offiziell geleugnet. Mein Befehl lautet, sie nach Washington zu bringen, wo man ihnen und ihrem Team das Bombenattentat anhängen wird. Es sei denn, ihnen gelingt es, Brent und mich zu überwältigen und zu fliehen. Wird einer ihrer Leute jedoch geschnappt? Ist er als Terrorist gebrannt, Mark, der einen globalen Atomkrieg anzuzetteln versucht? Und was wird das jetzt? Ihre Mission, falls sie sich entscheiden, sie zu akzeptieren. Und? Wie lautet der Plan? Die Existenz des IMF Die Existenz des IMF Wer sind sie wirklich, Brent? Wir haben alle unsere Geheimnisse. Nicht wahr, Ethan? Merk dir blaues Licht, dann fällst du nicht. Und was heißt rot? Tot. Das schaffen sie nie. Sehr hilfreich. Das schaffen sie nie. Das schaffen sie nie. Sehr hilfreich. Die Existenz des IMF Lesischen Sie sich, haben sie nicht so gut auf den Kopf werfen? Die Existenz des IMF